Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück zu Truck & Trailers. Heute geht's weiter mit der nächsten Aufgabe, keine Pause in Sicht. Heute wirst du wohl ziemlich beschäftigt sein. Fahre zunächst einen Auflieg zur Verladerampe und bringe dann einen weiteren zu einer anderen Rampe, damit er für den nächsten Auftrag beladen werden kann. Los geht's! Okay, erstmal schauen, wo wir hin müssen. Okay, das soll jetzt kein Problem sein. Und den anderen dorthin, okay. Okay, let's go! Das sollte ja jetzt nicht allzu schwierig sein. Wenn wir hier einfach einen kleinen U-Turn machen. Hoffentlich funktioniert das so, wie ich mir das geplant habe. Äh, könnte vielleicht doch etwas zu eng sein. Okay, vielleicht reicht es gerade so. Okay, ne, schade. Gut, Neustart. Hmm. Vielleicht ist es einfach hier einen U-Turn zu machen und dann rückwärts so hinein. Mal schauen. Hier vorne vielleicht einen U-Turn zu machen. Hier über die Rampe. Hier auf dem Dach, das ist ein bisschen das Problem. Ich glaube wir würden hier dran kommen. Jetzt kann ich einschlagen vor der Pulle. Und rückwärts da rein, zum Glück ist es hier über das Fahrfenster. Wahrscheinlich ein bisschen. Ok. Da bringen mir natürlich die Spielwild gar nichts. Aber gut. Ok, ganz knapp vorne. Leider war es schon zu viel des Guten. Gleich wieder umdrehen. Ganz knapp. Ganz knappes Ding. Das Spiel hätten wir schon abrasiert. Gold wird es wieder mal nichts sein, aber vielleicht Silber. Oder hoffentlich Silber. Sollte machbar sein die Zeit. Wenn ich jetzt hier keinen Schrott baue. Aber das sollte machbar sein. Aber auch hier bringen mir die Spielwild fast gar nichts. Das einfach viel zu weit weg ist. Um da überhaupt irgendwas erkennen zu können. Um da überhaupt irgendwas erkennen zu können. Und so wie das gar nichts. Wenn ich das so sehe. Auf jeden Fall müssen wir hinter den LKW. Sieht ok aus. Langsam eindrehen. Jetzt mal. Ok. Wahrscheinlich reicht es. Leider gerade nicht. Für Silber. Oder vielleicht ja. Du. Vielleicht ganz knapp. Oh schade. In zwei Sekunden. Schade. Schade. Weiter geht's zur nächsten Aufgabe. Container. Hier musst du mit Präzision vorgehen. Parke die Auflieger so, dass sie mit Containern beladen werden können. Beide dich. Du hast nur wenig Zeit. Okay. Das sieht jetzt recht einfach aus. Wenn man das so sieht. Auf den ersten Blick. Sollte das eigentlich sehen sein. natürlich nehme ich wieder die äusserste parkmöglichkeit hier das wird nichts wenn ich zu nah dran ich weiss es wird doch etwas schwieriger da wir hier mit begrenztem platz umgehen müssen hier sieht so aus als ob es der andere parkplatz wird vielleicht wäre es besser gewesen ich fange nochmals neu an es hat sonst gar keinen sinn so dann nehme ich zuerst einen anderen auf liege jetzt kürzer dem komme ich dann vielleicht dort besser zur äussersten parkbucht also parkmöglichkeit da ich den besser umrangieren kann und dann nehme ich den anderen für die vordere parkmöglichkeit also die rechte wenn man das jetzt so anschaut denn das sollte mit diesem auflieger viel einfacher gehen gerade so da ist noch ein werthaufen jetzt einschlagen in die andere seite ganz zurück fast die palette gerammt war ganz knapp daneben das sieht nicht so vielversprechend aus wenn ich ehrlich bin also platz hat es von der palette hier dort aber es ist recht schräg ok haben wir und jetzt den anderen auflieger mache ich das jetzt am schlaussen vielleicht ein bisschen eine runde drehen damit ich dann über die fahrseite einparken kann ich hier richtig überlege ok ich glaube das wird nicht mit silber ich weiß es sieht es sieht jetzt schrecklich aus aber ich habe da einen plan ich möchte mit der fahrseite einparken können daher muss ich den trailer erstmal hier umdrehen dann habe ich doch erstmal den längeren dann sollte ich den erstmal versorgt haben und der andere sollte eigentlich kein problem da stehen also wenn ich jetzt eher hier nach links umdrehe das soll rechts in die lücke hinein vielleicht ist das ja besser also hier so in dem sinne eigentlich dass ich hier eben über die fahrseite einparken kann dann haben wir genügend Platz dann sollte das auch funktionieren ich finde das sehr gut erst Trailer hätten wir das könnte sogar für silber reichen wenn ich jetzt wieder keinen fehler mache wie vorhin gerade aber ich glaube das sieht gut aus mache ich das gleich nochmals jetzt wait a second fahr ich hier kurz rüber das ganze einhändig zu machen und die maus zu stellen ist echt anstrengend aber das sollte klappen perfekt nächste Aufgabe das ist das das ist das Vielen Dank.